Herzlich willkommen bei Connecta Talk der Schweizerischen Post und PostFinance. Mein Name ist Aileen Zumstein und ich begrüsse bei mir Stefan Regli. Er ist Leiter des Nationalen Brief- und Paketgeschäfts bei der Schweizerischen Post. Und wir sprechen uns zum Thema Logistik des Onlinehandels. Stefan Regli, Lockdown und Ladenschliessungen und gleichzeitig ein Boom im E-Commerce haben sich auf den Postmarkt ausgewirkt, insbesondere der Paketbereich. Da ist der Umsatz der Schweizerischen Post und auch der privaten Anbieter im 2020 über 30 Prozent gestiegen um das Mengenwachstum der Paketsendungen auch im 2021 hält an. Nun, Paketmengen wachsen, wachsen, wachsen und gleichzeitig geht das Briefgeschäft zurück. Was bedeutet das für die Logistik der Post? Das bedeutet Herausforderung, Herausforderung, die wir täglich mit sehr viel Leidenschaft angehen. Der Paketwachstum, der ist jährlich etwa fünf bis sieben Prozent. Jetzt im letzten Jahr war die Menge 23 Prozent plus. Das bedeutet, dass wir eigentlich einen Paketschub hatten im Sinne von drei Jahren. Das heisst, ein Boom, der sich drei Jahre beschleunigt hat. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Auf der anderen Seite haben wir Briefvolumen, wie du richtig gesagt hast, das verloren geht. Wir verlieren circa fünf bis sechs Prozent jährlich an Briefvolumen. Das sind in absoluten Zahlen etwa 100 Millionen Briefe, die uns jährlich fehlen. Und da gilt es natürlich, die Prozesse abzustimmen zwischen dem Rückgang, den wir haben in Briefmengen und dem wachsenden Paketgeschäft. Nun, Prozesse hast du erwähnt. Stefan, man muss sicher auch in Services und Strukturen investieren. In welche, um als Postanbieter sich fit zu machen für die Post von morgen? Wir investieren sehr viel in die Paketzentren, in die Sortierung, also in die Verarbeitung unserer Pakete. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert, glücklicherweise auch schon sehr vieles neu aufgebaut, bevor dann eben im letzten Jahr dieser Schub gekommen ist. Das ist im Nachhinein ein grosses Glück, dass wir eben unseren Kunden auch ermöglichen, zu wachsen. Und das ist das, auf das wir hinarbeiten. Wir werden in den nächsten zehn Jahren 1,2 Milliarden investieren in die Verarbeitung der Pakete, in die Sortierung, aber auch in die Zustellung. Wir sind daran, neue Services auch zu bringen, um insbesondere eben auch ein herausragendes Kundenerlebnis für die Endkunden zu bieten, beim Empfangen von Paketen, aber auch von Briefen. Und da gilt es natürlich sehr gezielt, auch entsprechende Investitionen zu machen in die Zukunft, um eben den Kunden das Wachstum zu ermöglichen. Mit dem Aufschwung von E-Commerce steigen auch die Anforderungen. Man will klimaneutrale Verpackungen am besten nichts zahlen für die Rücksendungen. Auch die Lieferzeiten, die müssen schneller und kürzer werden. Du hast schon einige Herausforderungen genannt, aber spezifisch jetzt auch auf diese Anforderungen. Welche tauchen da auf? Was bedeutet das für die Logistik und vor allem, wie löst ihr diese? Du hast vorhin das Thema der Ökologie angesprochen. Das ist so, unsere Kunden, die beschäftigen sich sehr stark auch mit dem Thema. Ich denke, da haben wir als Schweizerische Post schon sehr viel auch in den letzten Jahren dafür unternommen, dass wir eben als Post eben nicht nur sozial-gesellschaftlich handeln, sondern eben auch ökologisch einen Schritt weiter kommen und auch sehr ökologisch handeln. Wir wollen bis im Jahre 2030 die elektrobetriebene Zustellung, die vollelektrisch betriebene Zustellung oder anderweitigen Betriebsstoffen. Dann für 2040 wollen wir als Schweizerische Post das klimaneutrale Unternehmen, das wir anstreben. Und wenn wir daran denken, wir sind heute schon einer der grössten Logistikbetreiber mit Elektroflotte. Man denke da beispielsweise an die Zusteller, die heute schon sehr stark elektrifiziert auch zustellen auf der letzten Meile. Das wollen wir weiter ausbauen. Wir wollen aber auch die Prozesse weiter optimieren, um eben auch dort stärker zu optimieren und auch einen Beitrag an die Nachhaltigkeit zu leisten. Und last but not least, wichtig, wir kompensieren 100 Prozent unserer Sendungen voll und ganz seit 1.1. von diesem Jahr. Klimaschonend, auch Nachhaltigkeit, sicher ein Trend. Wenn wir jetzt ein bisschen in die nahe Zukunft reinblicken, Stefan, gibt es noch andere Trends? Wie sieht die nahe Zukunft der Logistik auch? Und auch insbesondere, was bedeutet es für die Post, wenn Händler immer wie mehr auf Partnerschaften beim Abholservice setzen? Nun, die Anforderungen der Kunden sind auch unsere Anforderungen, die wir natürlich haben. Und dort ist insbesondere zu erwähnen, dass es immer alles noch schneller und noch präziser gehen soll, auch in Zukunft. Also Geschwindigkeit ist ein Riesenthema. Wir sind dort auch mit vielen ganz konkreten Projekten daran, die Geschwindigkeit im Transport weiter zu erhöhen. Damit verbunden auch die Convenience, dass wir versuchen auch das Empfangen von Sendungen so angenehm wie möglich zu machen. Auch dort gibt es sehr viele Themen, wo wir eben auch versuchen, den boomenden Online-Handel zu unterstützen. Und das Erlebnis des Einkaufs so nahe wie möglich auch beim stationären Einkauf zu machen. Und dort leisten wir und wollen wir auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Ganz zum Schluss, Stefan Regel, was ist dein persönlicher Lieblingsbereich, dein Lieblingsservice? Mein Lieblingsservice, den ich extrem mag, ist die Information zu haben über ein zu empfangenes Paket. Das nennt sich meine Sendungen. Ich habe auf meinem Smartphone sämtliche Informationen, sogenannten Radar um meinen Briefkasten. Wann bekomme ich ein Paket, wo kann ich es zustellen lassen, ich kann es umleiten lassen, ich kann es dorthin bestellen, wo ich jetzt gerade bin. Ich kann es deponieren lassen in einem Automaten, MyPost24 Automaten. Dieser Service ist für mich, der sehr viel unterwegs ist, auch nicht immer zu jeder Zeit zu Hause ist, wenn der Bote kommt, Gold wert. Stefan, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke dir. Und ihr könnt den Talk gerne bewerten. Herzlichen Dank für euer Interesse. Aileen Zumstein für Connector Talk der Schweizerischen Post und PostFinance. Aileen Zumstein für Connector Talk der Schweizerischen Post und PostFinance.